Yippie-ay-ay Schweinebacke Genau, Yippie-ay-ay-Schweinebacke Äh, ich muss wahrscheinlich da hinten, Dustin Äh? Okay What the fuck Guck mal, neue Rüstung vielleicht Ach ja Wäre ja mal geil Das wäre cool Ne, gibt nix Ach, Sauerei Aber ich glaube, ich werde mal den Skin wechseln Mal ein bisschen für Abwechslung sorgen Aber dafür, dass das hier an sich Neuland ist Sind wir gar nicht so schlicht Also wir sind bisher noch gar nicht so oft gestorben Ja Hätten es vielleicht auf Hardcore spielen sollen Haha Nein Hätten wir vielleicht tun sollen Jaja, beim nächsten Mal Wollte ich gerade sagen Ah, hier können wir so ein paar Sachen verbessern Das ist schon mal cool Ach ja, das geht Super Oh Ich kann zumindest jetzt besser atmen Besser atmen? Das ist schon mal etwas So, dann, äh, komm Machen wir mal Anzug wechseln Was haben wir denn hier? Eva-Anzug Eskorten Zeugenanzug Eva-Anzug Komm Ich nehme mal den Erstkontaktanzug Ich ziehe mich einfach mal an wie ein, äh Ja, wie ein Taucher Gucken wir mal Gucken wir mal Das Kind sieht bestimmt richtig scheiße aus Ich sehe aus wie ein, wie Big Daddy von, äh, Bioshock Geil Eigentlich schon Und du bist Und du bist voll Gold Ja, das ist, äh Gott Was ist das denn? Upgrade-Schaden Gold und Kettenrüstung Gott, oh Gott, oh Gott Äh, jo Dann machst du da irgendwas vor deinem Körper Komisch aus Ja, ich hab grad versucht, an mir rumzuspielen, aber es, ne, bringt nix Super, ich bin ein, äh Ich geh kaputt Alter Okay Ja, ja, läuft In Bearbeitung Arbeite schneller Ja, mach mal hin Ja, das, äh Dead Space 3, das dauert da ein bisschen manchmal Alter Vielleicht kommt der ja auch gerade aus dem 10. Stock oder so Ja Auch hier, das ist aber ein ganz schön hoher Aufzug gewesen Krass So ein Scheiß da Eins, zwei oder drei Erstmal zwei Ja Ich find dein Skin immer noch geil Hm Ja, dein Skin ist geil Aha Wobei der bei einem anderen ist der Helm cooler Ja, das stimmt Wow Nein, ich kann das sogar aufschießen Ich hab jetzt schon gedacht, da kommt einer raus Was ist mit dir? Nee, ich hab gek... Hehe, kopflos Ja, ich probier das jetzt mal Er hat wirklich seinen Kopf Nee, wir müssen zurück in den Aufzug Echt? Was gibt... Warte mal, was ist denn hier hinten? Hier ist die Brücke Also da könnten wir rein Müssen nicht können, aber Gibt's vielleicht ein paar Sachen Ja, irgendwie schon Ist bestimmt hinter der Verkleidung Der Aufzug, der richtige Aber ich muss ja Äh, ja, ja, wir fahren gerade Deswegen hat das so lange gedauert Alter, wie sieht's denn hier aus? Ihr Kitt Oh nein, nicht schon wieder das Scheißvieh Wir müssen... Wir sollen zurück in den Aufzug Laut, äh Verriegelt Toll, wir müssen runter Wieder Müssen wir doch in den zweiten Zur Brücke Alter, was ein Scheiß Oder? Warte mal, was gibt's denn hier hinten? Wir könnten jetzt... Wie sieht der Scheiß aus? Alter, was ist... Was... Ich bin da ein bisschen verwirrt Partner braucht mehr Platz Partner bekommt mehr Platz Partner ist fett Partner ist fett Oh nein Äh Ich werde dafür... Ich hab's gehört Wir gehen hier ganz... Weißt du, wo wir hier sind? Oh nein Ja Komm zurück, komm zurück, komm zurück Ja, ich, ich, komm, ich, komm, ich, komm Hilfe Ah Oh Hm Kara Ja, mein Knackarsch Dein Knackarsch Ich fühl mich verarscht von dem Ding Okay, doch in den zweiten Ist ja schon ein Verarsche Jetzt dauert das wieder ewig So Ich find's ja schön, wie er das Ding nachlädt Ehrlich Ich muss hier... Ich muss mal die andere Waffe gleich unbedingt, äh... Umbauen Voll am Glitzern, ey Das ist voll schrecklich Ja Was, am Blitzen? Am Glitzern Ach, am Glitzern Ich hab verstanden Blitzen Das wird... Wow Ach, das war die Tür Okay Ja, und ich hab auf die Leiche getreten Achso, ja gut Das ist Kollateralschaden Och ja Was gibt's denn hier? Komm mir nie rein Ja, das ist eigentlich ne Sauerei Ah, hier, guck mal Chipsrekorder 1 Alle Bereit halten für Drösselung Okay, Edwards, es kann losgehen Verstanden, Bär Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander Schon klar, Schätzchen Reto-Schub aktiviert Ruhig, Brauner Ruhig, Brauner Ach, ich ja Willkommen am Arsch des Universums Ja, perfekt Ja, WTF Alles verriegelt Wo müssen wir denn hin? Jetzt mal ohne Scheiß Wir sind jetzt im Ersten gewesen Wir sind jetzt im Zweiten gewesen Was, wollen die uns verarschen? Wir sollen in den Aufzug wieder Gibt's da vielleicht... Vielleicht müssen wir doch mit dem verkackten Zug fahren Oh nein Ne, der hat ja eben auch gesagt Äh Als wir Als wir vor dem Zug standen Ich hab keine Ahnung Was ist denn unser Scheiß-Ziel? Laut Käpt'n Äh Ist die Kruzieren nicht flugtauglich Fehlen einige Pisse Hüllenteile und Backbordantrieb Rosen sagt Der hat einen Antrieb aufgeschrieben Und zwar in der Nähe von Greeley Einen weiteren Dieser verlassenen Schiffe Scheiße Wir müssen zu Greeley Weißt du noch, wo das ist? Oder warte mal Ist das überhaupt die richtige Mission, wo ich gerade bin? Ja, ich glaub schon Ja, ja Wir müssen wahrscheinlich doch mit dem Zug fahren Das ist ein Scheiß Wo fahren wir denn jetzt hin? Zur Zweiten? Ja, jetzt sollen wir hier raus Genau Sollen wir hier raus Aber wir sind wahrscheinlich Gleich am Anfang falsch gelaufen Wir müssen nämlich hier rein Was ist das denn? Ah, jetzt hier Das sind aber schon wieder raus Ne, dann müssen wir rein Also wir müssen wahrscheinlich hier runter Ja, wir müssen runter Warte mal Wie wär's denn hier mit? Ja, ja, genau Das wär clever Achso, ich sollte mich vielleicht mal hinsetzen Ja Einfach mal stumpf irgendwo hingelaufen Das war super So, zu Greeley oder was? Ja, wir müssen hier Ja Starlight Express Starlight Express Das konnte ich jetzt nicht Für mich behalten Ja, das stimmt schon Warst du schon mal Warst du schon mal in dem Musical drin? Also live und in Farbe Nö Das ist geil Ich war da, glaube ich, vor einem Jahrzehnt oder noch länger her Der Hammer Das war richtig geil Und jetzt ist das ja bestimmt noch viel besser Ich will unbedingt den König der Löwen Oh, Lions King Ja, ich bin eine Frau Ich darf das Ja, natürlich Oh, wie schon wieder So, wo geht's hin? Wir müssen da runter Hier Tick, tack, tack Ich folge dich Joa, hier Hört sich gut an Kapitel Welches? Ist er das? Hey Sie wollten einen Antrieb? Ja, haben Sie einen? Wird gehen Ist doch scheiße Genau wie unser Plan Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich hab alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt Ich hab gerade angeschossen Was? Ich sehe nach Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen Damit wir das Ding zur... Felix! Oh, fuck Wenn man hier einmal... Oh, ich auch Wo? Warte Da hinten Du Fettsack So Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich bin Ach, da bist du Das gibt's ja gar nicht hier So ne asoziale Kacke Ich glaub wir müssen da rein Oder was? Äh Wir müssen da wirklich rein Geil Gut, die Frage ist wo Ähm Ah ja Ach, du bist auch gerade dabei Ja Oh, 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 oh Ja klar Ich bin kein Idiot Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen Ach, schloch Ja, wir müssen da runter anscheinend Und wenn wir die Flugschreibe aus diesen verlassenen Schiffen nutzen Ja, stimmt Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die Sie genutzt haben Ich suche außerhalb der Roanoke Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit hier abstehenden Solarmodulen Satelliten mit Solarmodulen Alles klar Wir sollten uns mal ein bisschen Luft suchen, glaub ich Äh Weil Ich bin ja gleich am, äh Also bald Am sterben Ja, hier ist doch was Hast du Luft? Ja, ich hole mich gerade Sehr gut So, ich hab wieder Perfekt, wunderbar Nicht, dass wir hier, dass uns hier die Luft ausgeht Das wäre ja ätzend So, wohin? Der sagt mir, ich soll mich wieder hier in das Ding reinsetzen Ach ja Ja, stimmt Soll ich das mal Ja, dann machen wir das Wo sollen wir denn hin jetzt? Äh Wo geht's hin? Ah, wir müssen hier hin Zu Roanoke Roanoke Oder wie er sagt Roanoke Mein Bier ist schon wieder leer Das gibt's doch gar nicht So ein Mist Eieiei Ja, es ist ganz schlimm Wir sind so oft gestorben So oft sind wir auch wieder nicht gestorben Nein, zum Glück nicht Weißt du, ich hab mir überlegt Äh Äh Von der Arbeit aus Mal einen Rechner zu steuern Mit so einem Remote Tool Bis mir dann Ja Äh, aufgefallen ist Blöde Idee Weil der Rechner dann ja Sicherheitslücken aufmacht Und Wäre irgendwie uncool Deswegen Ja Darauf geschissen Wäre zwar cool Kurz vom Nach Hause Von der Arbeit kommen Den Rechner starten Von der Arbeit aus Schau mal, was rennen vorher Ach, so muss ich dann halt schon Um 5 Uhr aufstehen Nein Ich wurde in der Mine Gedingst Was muss man jetzt mit dem Ding machen? Äh, gute Frage Können wir das aktivieren? Ja Oh nein Jetzt sag bitte nicht Dass das hier so eine Flugsammelkack-Mission ist